Weiße Weste durch Umzug, Stress mit Gläubigern, dann ab in die Karpaten. Schulden zu haben ist kein Verbrechen, auch wenn Gläubiger stur das Gegenteil behaupten. Deshalb kann Ihnen niemand einen Umzug verbieten, sogar nicht in der brenzligen Phase der Zwangsvollstreckung. Und da zum Beispiel Gerichtsvollzieher ausschließlich in Ihrem eigenen Bezirk aktiv werden dürfen, verschafft Ihnen so ein Wegzug fürs Erste jede Menge Zeit. Nun können Sie aus einer sicheren Deckung heraus mit Ihren Widersachern günstige Vergleiche aushandeln. Nutzen Sie notfalls den kompletten EU-Raum als legales Rückzugsgebiet. Dieser Ratgeber nennt Ihnen alle Faktoren, die Sie dabei beachten müssen. Weitere Neuigkeiten finden Sie auf der www.erfolgsunline.de Wir sehen uns. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Rademacher